So tritt zu Damien an Deck ihrer Aviander und du blickst dich einmal kurz um, bist überrascht über die Zeit, zumindest über die Sonne, die dort am Horizont steht und so langsam versinkt und sonst von deinen Mithelden keine Spur. Du kannst sehen, wie Havul Gart mit schweren Schritten auf dich zukommt. Kapitane, ihr seid noch hier. Hm, ich schließe daraus, dass die anderen nicht mehr hier sind. Vor einiger Zeit sind sie aufgebrochen, gar nicht noch so lange her, aber Evanora hatte sich noch von mir verabschiedet und ist dann mit dem Stinkemagister runtergesprungen, ja. Nun, ich kann mir das nicht erklären, aber ich sollte ihnen wohl hinterher. Tja, einmal mit Profis. Soll ich euch begleiten? Ich will euch ungern in die Fluten von Vajat entlassen. Wenn Evanora auf euch gewartet hätte oder immerhin irgendwas gesagt hätte, dann hättet ihr eine Gewalte dabei, aber... Andere Möglichkeit wäre, dass ich diese verrückte Evanora dann mit euch schicke, aber das ist, glaube ich, auch keine Option. Oder ihr den Pfarrermut. Ehrlich gesagt, wenn er dazu bereit wäre, würde ich Fahrermut vorziehen, denn du hast die Verantwortung für das Schiff in meiner Abwesenheit. Ja, normalerweise würde ich das jetzt auch sagen, dass ich das Schiff wieder hab, weil... Ja, gehört ja sowieso mir. Die Leute vertrauen mir. Lieber als irgendeinem Meister des Flusses, den wir vor ein paar Wochen aufgegabelt haben. Ja, ich glaube auch, dass es besser ist, wenn du hier bleibst. Also gut, dann nehme ich das Schiff und du nimmst dir Pfarrermut. Und ich glaube, Serpentilio hatte sogar noch ein paar Tränke, die er dann notfalls... Er hatte sogar seine Tasche mit nach unten genommen. Aber er hat dir natürlich welche hier gelassen. Aber er sollte auch genug mitgenommen haben oder mitgelassen haben, wie er für dich... Siehst du, da vorne steht seine Tasche. Ja, ich denke, das sollte nicht das Problem sein. Danke, Herr Rulgard. Ich möchte keine Zeit mehr verlieren. Alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ja, wäre schön. Bring mir die anderen wieder mit. Ja, und dann gehe ich mir den Trank... Beziehungsweise die Tränke besorgen. Und gehe Pfarrermut eben Benai... Benai-man suchen? Benai-man, ja genau. Den Meister des Flusses. Du kannst dann sehen, wie er gerade oben am Deck steht mit Netia von Pericom. Und er sich wohl gerade mit ihr unterhält. Stehen da wohl irgendwie neben diesem Stein, den Rafim mal angeschleppt hat, um damit Spalten zu üben. Und einige Risse klaffen da wohl auch drin. Und ja, so kannst du sie in kurzes Gespräch hören, wie sie wohl gerade auch über Bayad diskutieren. Ziemlich tiefergehendes, vielleicht sogar heretisches Gespräch. Aber das ist von Pfarrermut ja nicht unüblich. Und Netia scheint das erste Mal nicht zu kümmern. Wollt ihr diese Dinge gerne live erleben? Was meint ihr mit live? Von Angesicht zu Angesicht verlockt es euch nicht, nach unten zu tauchen. Na, mein Auliani ist nicht so gut. Aber ja, wenn ihr mögt und mich einladet, dann werde ich euch begleiten. Nein, ich bin in der etwas ungünstigen Situation, dass die anderen mich offensichtlich zurückgelassen haben. Ich bin nicht ganz sicher, was das soll. Aber ja, ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mich begleiten würdet. Insbesondere mit eurer Expertise. Vielleicht sind sie auch mal eure Sicherheit bekümmert. Immerhin soll es dort unten von Kalkonien wimmeln. Ich bin überrascht, dass ihr mich nicht zu der Hauptstadt von Jalzugott befragt habt. Zweifellos ein Versäumnis. Das denke ich auch. Wir haben seine Bewohner befragt, aber ich denke, ihr habt da noch einmal einen ganz anderen Blick darauf. Ja, die Bewohner können euch sicherlich sagen, was sie erlebt haben. Ich kann euch berichten von anderen Zeitaltern, als neuntes und zehntes. Und den Vermutungen, die bereits angestellt worden sind. Das erneute Auftauchen von Mordai ibn Duri. Ich denke, ihr sprecht von Murudal. Ich meine den Diamantenen Sultan Mordai ibn Duri. Murudal. Wisst ihr, wann er gelebt hat? Nun, ich könnte euch keine Zahlen sagen, aber wenn ihr ihn einen Diamantenen Sultan nennt, gibt einem das doch eine gewisse Orientierung. Genau. Nun aber, wir sollten uns zunächst einmal um eure Freunde kümmern. Und danach können wir über die Geschichten von Bajat sprechen. Ich habe an meinem Rissual gearbeitet. Ich bin nicht sicher, wie weit es mich bringt, aber ich hoffe, es reicht zumindest für eine basale Kommunikation unter Wasser. Oh, ihr solltet kein Rissual sprechen, Phileia Rissar. Sie werden es an eurem Akzent erkennen, aber Rissar ist das Ursprüngliche Krakonisch. Ich weiß nicht, dass man es auch unter Wasser sprechen kann. Ne. Was meint ihr, von wem die Echsen Krakonisch geerbt haben? Die Krakonier, die an Land gingen und Krakon mitbrachten, erzählten den Echsen von Krakon und sie übernahmen ihn als Krakonisch. Rissar ist noch schrecklicher, aber nun ja. Es wird schon gehen. Trinken wir und dann schwimmen wir. Oder vielmehr. Er betrachtet den Stein von Raphim. Bindet euch daran fest. Damit wird Faramut selbst sich ein großes Tau nehmen, sich festbinden an dem Stein von Raphim. Der jetzt hier gerade auf dem Achterkastell steht. Und ja, dann kippt er sich den ersten Trank runter, den zweiten und den dritten. Und noch bevor er runtergeschluckt hat, wuchtet er den Stein auf die Reling und blickt dich herausfordernd an. Ja, ich schließe mich an, wobei ich denke, dass es wahrscheinlich besser wäre, sich nicht daran zu fesseln, sondern sich eine Schlaufe oder so zu machen. Ja, selbstverständlich. Also der Seemenschekloten, wie du bei Faramut erkennen kannst, ist selbstverständlich perfekt. Aber er kann ihn selbstverständlich lösen. Zumindest nach eigenem Gutdünken. Ja, aber im Prinzip rufen 6000 Meter nach dir und die willst du so schnell wie möglich hinter dich bringen. Ja, das scheint im Augenblick die beste Lösung zu sein. Also schließe ich mich ihm da an. Du stürzt die Tränke runter und er tritt den Stein von Raphim ein letztes Mal. Er wird selbst hinterhergezogen. Du spürst, wie ein Ruck durch deine Wirbelsäule geht. Wirst dann runtergezogen und stürzt mit einem ekelhaften Klatschen in die Tiefe. Das Wasser ist nicht kalt, aber es ist kurz hart. Und als es dann über den Fluten wieder versinkt und zuschlägt, spürst du diese Gewissheit, dass du nie wieder auftauchen wirst. Es wird dunkel um dich herum. Ja, damit kann Raphim das Schlachtfeld betreten, beziehungsweise du siehst unter dir noch die Reste eines Leichnams. Irgendeine riesige, gewaltige Seeschlange, die sich zum Sterben hierhin zurückgezogen hat, als du den gewaltigen Flügeln vom Blutrochenkönig Vautor getragen wirst, auf die High Reiter stößt. Ja, du siehst, es sind ungefähr, du würdest sagen, eine Patrouille von 20, inklusive den Hain. Und ihr seid absolut in der Unterzahl. Ja, zwei Krieger von Kor und Vautor. Und du siehst, wie sie wohl von Blutgetrieben auf euch zustürzen. Ja, Raphim würde sich einmal mit dem Schwer vor die eigene Brust schlagen und dabei eine Liturgie auslösen, die ja vermutlich in seine Rüstung gesprochen hat, dass die über das Schlachtfeld wandelt. Ich bin aber gespannt, wie sie unter Wasser funktioniert, weil eigentlich klingt es ja, als würden tausende Stiefel auf einem Feld marschieren. Das wird unter Wasser vermutlich so nicht funktionieren, aber vermutlich vor allen Dingen für die Krakonier vor Ort wird es wieder so klingen, als würden tausende Krakonier marschieren. Weil das ist ja vermutlich das einzig, was passende unter Wasser wird. In den Speer eingesprochen, ne? Ne, das war noch in die Rüstung, glaube ich. Alles klar. Ja, du aktivierst einmal mit einem Ratschen über Fremlar das Blut fest an die Rüstung und aktivierst, als du siehst oder spürst, wie ein Beben von dir ausgeht, was, ja, zyklisch oder symmetrisch von dir ausgeht, wie eine Quelle, wie ein Quellstein, ein Pulsieren. Boom. Boom. Es sind keine Schritte, die du hören kannst unter Wasser, sondern du bist Zentrum dieses Boom. Boom. Und während du auf ihn zuschwimmst, siehst du, wie Vautor seinen Mund einmal öffnet und direkt im ersten Anschwung siehst du, wie er einen ganzen Hai, inklusive des Hai-Reiters, einfach frisst und zermalmt mit seinen 20 Metern Flügelspann weit und dem gewaltigen Maul. Dreht dann einmal wuchtig nach unten ab, sodass du dann von seinem Rücken runtergeschleudert wirst und mitten in dieser Formation auftauchst. Du kannst auch noch sehen, wie Schragner Kuhl ebenso neben dir aufgetaucht ist und jetzt mit seinem Speer nach den anderen Hai-Reitern sticht. Ja, also die Jungs haben jetzt eine Elferschwernis, mich anzugreifen und Elferschwernis auf Attack und Parade mir gegenüber. Alles klar, ich würfel spaßhalber einfach mal... Würfel mal eine Runde. Genau, ich würfel einfach mal eine Runde. Erstmal die Mutprobe. 13 plus 11, die 24 können sie leider nicht aufbringen. Das ist jetzt von diesen 20 Leuten, beziehungsweise 19, weil einer direkt gefressen wurde. Sie blicken dich erst einmal an, furchtsam auf den Speer und sind sich noch nicht ganz sicher. Sie versuchen zumindest erst einmal ihre panischen Haie so ein bisschen zu beruhigen, als würden sie wie Pferde abgeworfen werden oder von Pferden abgeworfen werden. Zucken und schwimmen die Haie in einem Kreis um euch herum. Ich möchte gerne einen von seinem Hai herunterstrecken und auf dem Hai selber reiten. Hast du Vauhtor abgelegt. Du siehst auch, wie Blut aus dem Mund von Vauhtor strömt. Wie gesagt, abgebogen nach unten. Du siehst, wie das leuchtende Skelett der gewaltigen Seeschlange unter dir auch noch alles in so ein fluoreszierendes Licht taucht. Gemeinsam mit dem Blut des zergangenen Hais. Ja, du stichst nach dem ersten Hai Reiter. Unter Wasser Kämpfe sind, glaube ich, mit einer plus 6 belegt. Das ist korrekt, plus 6 für mich. Genau, aber du führst einen Speer. Da gibt es keine weiteren Einschränkungen aufgrund deiner Waffe. Also es ist eine ganz normale plus 6. Du dürftest natürlich jetzt auch verschiedene gezielte Stiche oder sowas ansagen. Ja, ich versuche erstmal ihn zu treffen. Ja, mach einfach mal. Oh Gott, da hat mir nichts Angst. Das ist gerade so gelungen. Du stichst zu. Würfel gerne deinen Schaden von Frimla. Das ist mir ein 15 in sein Torso. Mein Ziel ist ja auch nicht, ihn unbedingt unbedingt umzubringen. Ich will ihn erstmal von seinem Hai rein, also von seinem Hai runterkriegen. Ja, du stichst zu. Du merkst wohl, wie er mit seinen eigenen Händen an die Waffe fest versucht, sie selber rauszuziehen. Aber er hält, er hält. Und du kannst dann mit ein bisschen weiter Druck und ein bisschen weiter schieben, beseitigst du irgendwelche inneren Organe, die du zur Seite schiebst, ihn dann vom Hai runter, von seinem Reitzeug, versuchst dich so ein bisschen dann auf ihn raufzuziehen, auf den Hai. Und du siehst so diese Erkenntnis in den Augen des Craconiers, die du gerade gestochen hast. Ja, perfekt. Den versuch ich, diesen Hai unter meine Goldrolle zu bekommen. Ja, dann gib mir mal eine Tier, eine Abrechenprobe. Plus 15. Spezialisierung Hai funktioniert. Und boom, Junge! Boom, es ist gelungen. Ja, du hast dich eben auf das Tier von Kor gestürzt, beziehungsweise die Wesenheit von Kor, die er als Avatar in die Schlacht geschickt hat. Was ist das schon ein kleiner Hai? Auch wenn Scholei Rack, die Haimutter, irgendwo unter dir ist, dieser Hai ist wohl noch zu bändigen, sodass du den Craconi mit seinem Loch im Bauch lässt ihn wieder davontreiben, wie Blut aus seiner Wunde fließt. Sie ist wohl wie ein anderer Hai, gerade gierig auf ihn zuschwimmt und ihn dann wohl auch gleich selber zerfetzen möchte. Was wohl aber wohl von dem anderen Craconi dann wieder auch unter Druck von Sporen und irgendwelchen Speeren geregelt wird, damit jetzt sein eigener Bruder nicht gefressen wird. Und dann sitzt du selber auf dem Hai, machst dich fest und fängst an. Ja, wenn ich auf dem Hai sitze. Also mein Ziel ist jetzt ja nicht, diese gesamte Stadt abzuschlachten. Ich möchte mir ja nur, wie man es bei Craconiern übrig macht, mir Respekt einfordern. Habe ich das Gefühl, ich habe mir schon Respekt eingefordert, oder habe ich das Gefühl, ich muss noch ein paar Craconiern zerstellen? Gib mir mal eine Kriegs-, ne, eine Menschenkenntnisprobe. Das ist jetzt Einschätzen von einer krakonischen Kultur, die der Menschen ja nicht sehr ähnlich ist, aber du schaffst es. Und du siehst dieses Verständnis in dem Craconiern, den du gerade mit Fremlar berührt hast. Okay, also einen habe ich schon überzeugt, aber noch ein, zwei abzustechen ist jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, vor allen Dingen, weil ich ihre Sprache nicht spreche. Ja, dann möchte ich mir natürlich den größten Craconiern aussuchen, da ich ihre Kultur für relativ simpel halte, halte ich den auch für den stärksten und mich auf den zubewegen mit meinem Hai und den dann stechen. Ja, er ist sowieso erstmal beeindruckt, dass so eine Mürbhaut wie du jetzt diesen Hai und auch Vau Thor geritten ist. Kannst auch sehen, wie Vau Thor gerade wieder nach oben schießt und einen weiteren vernichtet, sodass es einfach nur noch 18 übrig sind. Und auch Schragner Kuhl gerade in den Kampf mit ihnen hineinstimmt, auch wenn er selber keinen Hai reitet. Das ist unter seiner Würde, weil die Hai-Gottheit Scholei-Rack ist eben versklavenswert. Ja, dementsprechend kannst du auf den größten der Haie zuschwimmen und ja, Lanzen reiten. Warum nicht? Ich habe natürlich keinen Lanzen rein, doch was soll ich würfeln? Dann gib mir mal eine Reitenprobe. Natürlich. Du hast eine Abrichtenprobe gewürfelt, die war auch relativ gut, also mit einer 15er schweren das zumindest gut. Ich gebe dir noch drei Punkte erleichtert, aber die Reitenprobe ist trotzdem erschwert, um die üblichen... Oh, es ist nicht gut. Dann würfel ich hiermit die 19. Die 19, das Charisma, ja. Ich finde, dass Lanzen reiten im Ernstfall um sieben Punkte erschwert ist, wenn du keine Reitereienreiterkampfersamein hast. Keine Turnierreiterei, so heißt es. Das würde sogar reichen. In der Turnier ist das hier sowieso nicht, ja. Egal, die Turnierreiterei ist wichtig für das Lanzenreiten gegen andere Reiter. Ja, zumindest mit dem Charisma kannst du ihm dann auch die Sporen in die Füße rammen, die dann unten an dem Reitzeug noch angebunden sind und prescht dann auf diese Wesenheit zu. Dein Speer ist zwar keine Lanze, eignet sich aber trotzdem. Du siehst selber, wie eine Knochenlanze auf dich zurast. Eher als Verteidigung, aber er gibt dir trotzdem mal saftigen... Ganz gerne nochmal einen Angriff würfeln. Er gibt dir seinen Knochenschwer im Partout obendrauf. Um elf erschwert. Um elf erschwert, ja, ist das richtig. Ich würfel es trotzdem einfach mal. Zwölf plus elf schafft er nicht. Ich würde ihn treffen. Ich mach mal schauen. Es wären 16 in seinen Beinen. Das dürfte es noch nicht ganz abtrennen, aber es dürfte ihm eine Wunde geben. Genau, das ist auf alle Fälle die Wunde und du berührst ihn und auch in seinen Augen erkennst du Erkenntnis. Es ist keine Furcht, es ist keine Angst. Auch dem anderen, der jetzt abgetrieben dort schwimmt. Du siehst Zorn auf... Heiligen Zorn auflodern. Wollen die anderen auch ihre Mutprobe würfeln? Weil die sind bestimmt nicht darüber, mir in den Rücken zu hauen, oder nicht? Ja, die würfeln alle noch mal in ihre Mutproben. Plus elf, dann wären wir bei der 17. Schwierig, aber auch die 17 schaffen sie nicht. 16 hätte ich ihnen noch zugetraut. Sie sind erstaunt. Du kannst noch mal eine Klugheitsprobe geben. Ja, gerne. Während Bau Thor die ganzen Leute auf 17 reduziert. Ja, sechs Punkte hätte ich. Das ist nicht der übliche Schaden, den normalerweise ein Speer oder meinetwegen auch einen Neunzack von Korf verursacht. Aber das ist die heilige Waffe von ihm, die dir in den Prüfglobulen vom Prüfstein des Gottes übergeben worden ist. Und dieser heilige Zorn in den Augen der Krakonia scheint sie an etwas zu erinnern. Dass sie verraten worden sind. Okay, dann möchte ich meine nächste Aktion dazu nutzen, genau wieder in ihre Mitte zu reiten. Ohne Furcht, dass ich genau in ihrer kompletten Mitte bin, die Waffe nach oben zu reißen. Und sie nur durch diese Präsenz einzuschüchtert, weil ich nicht mit ihnen sprechen kann. Dann gib mir noch mal eine Überzeugenprobe. Immerhin führst du hier das Werk deines Gottes raus. Und während du die ganze Zeit immer dieses Frumm, Frumm, dieses Geräusch abgibst, diese Druckwelle, die von dir ausgeht, während du dich durch ihre Reihen bewegst, spürst du, wie eine letzte Druckwelle von dir ausgeht, bevor dieser Effekt von Krakon abklingt. Aber du siehst auch, wie ein rotes Gelühen von dir ausdringt. Genauso wie diese Welle mit diesem Geräusch. Und zumindest in der näheren Umgebung die Hai-Reiter manipuliert. In ihren allen Augen lodert ein göttlicher Zorn auf. Die Haie verstieben in alle Richtungen. Die Hai-Reiter dazu, die Krakonier, werden allerdings ihre Füße aus dem Reitzeug herausgenommen haben, sodass sie vielleicht einen halben Meter noch mitgeschliffen werden durch das Wasser, dann aber sich losmachen und in Reih und Glied beziehungsweise im Kreis um dich herum stehen bleiben. Schwimmen bleiben und dich anblicken. Ich kann ja nicht sprechen. Dementsprechend wende ich mich schrack zu in der stillen Hoffnung, dass der Mann Attack spricht. Ähm. Deine Männer. Dir weiter. Er nickt dir zu. Sie haben vergessen. und wurden von Frömmla erinnert. Sie erinnern sich an Krakon und den Verrat. Du, 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 du hörst die raue Stimme von Schragner Kuhl, der irgendwas zu dir sagt. Du verstehst sie nicht ganz. Und, ja, er bedeutet dir, versuchst du auch mit Zeichensprache, aber auch die verstehst du nicht ganz. Einfach, weil es zu komplex ist, was gerade wohl passiert ist. Er deutet das auch an und die krakulische Kultur, auch unabhängig vom Attack, eignet sich einfach nicht gerade zu kommunizieren. Da kannst du aber auch erkennen, wenn du dich weiter umblickst nach neuen Feinden, Vautor hat den 16. Hai zerrissen und verschwindet dann in der Dunkelheit, irgendwo neben dem gewaltigen Skelett, der erleuchtenden Seeschlange, das von oben Serpentilio angeschwebt kommt, angeschwommen kommt, gemeinsam mit Efhanora und von unten kannst du Abelmi und Poltax erkennen. Hoffentlich können die reden. Die wollten vorher noch diesen, diesen Mutazzi abholen. Genau. Was hättest du ihm nicht gerade in den Arm gekauft? Einfach, dass Mutazzi schon tot ist und da in der Wand hängt und so ein paar Gruben schlafen aus dem Haus kriecht. Hier, du kannst erkennen, wie Serpentilio auf dich zuschwimmt. Er sieht nicht glücklich darüber aus. Ja, du siehst, wie Rafim erst versucht, mit dir zu sprechen und ihm dann wieder klar wird, dass er unter Wasser ist, dass er nicht mit dir sprechen kann und dann auf Attack dir zeigt. Begrüßung. Irise. Dann er zeigt irgendwie nach unten und dann attackt sich, er verhasmelt sich ein bisschen die Finger und signalisiert dann auf Attack Kreftpunkt. Die Sprache wird gerade den Shorthand vergeben. Ja, ich würde nur nach unten zeigen und dann neben dich und dann ein fragendes Gesicht machen. Schöne Frau. Was? Er macht Tax nicht so kompliziert. Schöne Frau, was? Er will wissen, wo Zulamin ist. Ich gucke nach oben, ob Zulamin schon irgendwo ist. Ich gucke nach unten, ich zirg mir in den Schultern und zeig nach oben. Ich schau dich fragend an. Warum? Du guck mir den Schultern und zeig nach oben. Nochmal. Und dann gucken wir beide hoch und sehen sie angesteigt. Mary Poppel. Mary Poppel. Warum nicht? Warum nicht? Ihr könnt erkennen, wie ein gewaltiger schwarzer Stein, den du auch wieder erkennst, nach unten gezogen wird und daran hängen zwei weitere Personen. Ich würde jetzt nach oben zeigen und sehr freundlich zu kommen. Da kommt sie doch. Als hätte er das die ganze Zeit geführt. Ich hab's nur nicht verstanden. Ich nick einfach nur nicht mit. Wir sind alle glücklich. Wir sind alle glücklich. Und dann winken wir Zulamin, die hoffentlich den Stein loslässt, wenn sie dann da ist. Ja, Faramut wird mit einem Dolch kurz an dem Tau von Zulamin schneiden und sich dann selbst einmal lösen. Ja, ich schwimme in eure Richtung und ich versuche mal rauszufinden, wie gut mein Ressual funktionieren wird. Ah, Kapitänja. Gist du ein Ressual? Zulich spreche ich Ressual. Ich hab Ressual gesprochen, da wusste die alle noch nicht mal, was der fucking Ressual eigentlich ist. Ja, sehr schön. Zulamin kannst du mal das gute Ressual aktuell sprechen. Ja, dann schwimmt sie auf euch, zu, äh, Faramut im Schlepptau. Da seid ihr ja. Das Voraus-Team ist noch nicht aufgetaucht.